Hey Leute, was geht? Kann ihr mal spielen mit Amazon Games? Und Leute, willkommen zu einem etwas besonderen Video. Komm mal rein. Mein Name war wer da ist. Claudio ist da und wir wollen heute Among Us zu viert spielen. Mit René und Danja noch. Und wir beide. Aber wir haben uns was vorgestellt. Und zwar werden wir heute ein kleines bisschen schummeln. Was machen wir? Was machen wir? Ich erzähl's dir ganz genau. Also, es ist so, dass wir dafür sorgen, dass Danja und René heute ständig rausfliegen. Oh nein. Die ganze Gruppe, die Diskussion geht immer in die Runde, dass die beiden rausfliegen. Okay? Und ich würde auch folgendes machen. Und wir spielen nicht ganz fair, sorry. Wir haben zwei Signalsätze, wenn wir Imposter sind. Ja. Okay, damit der andere Bescheid weiß. Okay? Ich bin Imposter, wenn ich sage, ich habe Hunger. Okay. Und du bist Imposter, wenn du sagst, ich muss eigentlich aufs Klo. Okay. Okay? Ja. Dann wissen wir Bescheid, dass wir Imposter sind und die anderen wissen nicht Bescheid. Gut, das wird witzig, glaube ich. Am Ende lösen wir das natürlich auf. Okay. Gut, und du gehst jetzt rüber ins Studio und dann starten wir. Hey, Leute. Was geht? Kann dir mit? Danja und? René und? Claudio. Ja, so sieht es aus. Leute, endlich spielen wir mal zu viert Among Us. Und warte mal kurz, meine Mütze, ganz kurz. Ja, Leute, wir spielen heute zu viert Among Us das erste Mal, ne? Ja. Also zu viert das erste Mal, ja. Ja, okay. Ich stelle mal kurz auf Public und ich denke, es wird ziemlich witzig heute. Okay, Leute, es wird Zeit. Let's get started. Ich freue mich. Und Ruhe. So, und wir starten die Runde, wie wir die Runde eben immer starten. Also, ich bin ein Crewmate. Okay. Wir müssen dafür sorgen, dass Danja und René rausfliegen. Ah, das muss ich mir mal kurz merken. Ui. Das ging ja schnell. Okay. Claudio. Gleiche lag in Admin. Oh, weißt du, wen ich da gesehen habe? Wen denn? Danja war bei Admin kurz drin. Hab ich auch gesehen. Ja, siehst du? Das stimmt. Nein, das stimmt. Nein, war ich nicht. Ich hab dich. Danja was Admin. Ist das dein Ernst? Ich war nicht mal bei Admin. Ich war bei Electrical. Nein. René, vertrau uns. Ich hab dich doch sogar gesehen, Karn. René, vertrau uns. Seid ihr euch sicher? Ja, Danja. Aber war da vielleicht auch jemand anderes? Nein, ich hab René einmal kurz bei Mad Bay gesehen. Genau, ich war bei Mad Bay. Dann bin ich wieder hochgelaufen, dann bin ich runtergelaufen. Nee, also ich hatte Danja gesehen, wo sie Richtung Admin gelaufen ist. Ja, sie war noch da drin, René. Sie hat die Frau in meinen Augen umgebracht. Okay, Danja ist draußen. Mal gucken. Ist es euer Ernst? Und? Bestimmt war... Oh, sie war es nicht. Sorry. Boah, ey, ihr seid echt... Ihr seid so blöd. Ihr seid so blöd, wirklich. Oh, das ist so fies. Das ist so fies. Kann man eigentlich so blöd sein? Man muss den jetzt schon wieder rausbeuten. Man kann es auch lassen, wenn ich gar nicht mehr mitspielen soll. Das ist so fies, Leute. Ich will nicht wissen, wie Danja sich jetzt gerade aufregt. Na, bist du es, Claudio? Hm? Nee, Claudio ist es nicht. Plötzlich erwischt. Was hat er dir verdient? Das hat er jetzt wirklich verdient. Ich glaube, es ist René. Ich glaube, es ist René. Oh, ist das schlimm. Direkt fliegen die immer direkt raus. Gut, René wird es nach der... Oh, hier. Oh, oh. Jetzt... Oh, oh, oh. Was ist denn hier passiert? Okay, René, ich habe dich ja gesehen, dass du es nicht warst, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Ja, ich hätte dich ja wohl umgebracht, wenn ich dich gesehene... Also da, wo wir uns gesehen hätten. Ja, vielleicht gerade nicht. Und du mich ja auch. Vielleicht gerade nicht. Also dann kann es ja eigentlich nur orange sein, oder? Ja, eigentlich stimmt. Es kann nur orange sein. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Ja. Sehr gut. Ja, das siehst du schon mal. Ja. Dania, du kannst wieder reinkommen. GG. Ich will nicht wieder reinkommen. Wow, ziemlich gut. Ich will nicht wieder reinkommen. Wieso? Bleib doch mal ruhig. Wir hatten dich halt gesehen. Chill doch mal. Ich hatte mal aufgestanden, dich rauszubauen. Ja, aber... Was soll denn das immer? Ich hab... Ey, Claudio, hattest du sie nicht auch gesehen? Ich meine ja, aber da habe ich sie wahrscheinlich verwechselt. Also die Farbe kann sein. Ja, verwechseln. Ich bin pink, Mann. Ich bin pink und habe eine Blume. Hier ist niemand pink. Doch, Dania. Orange und pink ähneln sich ja ein bisschen. Okay, ich bin schon wieder nicht. Langsam wird das Spiel langweilig. Und ich bin mal wieder Crewmate. Okay, mal gucken, wer es diesmal ist. Okay, grün kann es sein, rot. Nein! Hallo? Ja. So, was ist los? Ui, René ist jetzt tot. Oh. Oh. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe pink Wänden gesehen. Okay. Wo denn? Bist du mich... Bist du mich eigentlich... Also, ach so. Ich habe Kahn gesehen unterwegs sogar, aber dich habe ich nicht gesehen, Claudio. Ja, safe. Safe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es pink war. Ich glaube auch. Geht's bei euch eigentlich noch? Oh. Oh. Und dann hier... Oh. Oh, Mann. Sorry. Okay. Bock mir, ey. Oh. Oh. Oh, schau wieder. Okay. Hast du was gesehen, Kahn? Nee, gar nicht. Okay. So, Purple... Purple said... Oh nein, jetzt wollten die mich raus. Aber das ist okay. Oh. Sorry, Claudio. Ja gut, dann bin ich halt leider weg. Schade. Okay, dann bin ich alleine. Oh, ey, das gibt's doch nicht. Zwei Leute sind noch da. Oh. Nein! Hä? Was war das denn? Ja, die sind alle geliebt, leider. Oh. Dania war schon wieder nicht. Dania? Was? Dania, es tut mir leid, ich hab dich wieder verwechselt. Was ist? Dania, es war wieder orange. Es tut mir leid, eure Farben ähneln sich. Ja, offensichtlich war ich's nicht. Wir haben's jetzt alle gesehen. Können wir jetzt weiterspielen? Okay. Ja, sorry, aber... Ja, sorry, aber... Du bist ziemlich auffällig heute. Ja, was für auffällig. Nein, ihr seid auffällig, weil ihr die ganze Zeit beschließt, dass ich es bin. Lasst mich jetzt in Ruhe. Ruhe. Ich bin schon wieder nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt verfolgt mich Dania. Komm, jetzt verfolgt sie mich. Kahn, bitte geh einfach. Boah, ey, ganz ehrlich, ich hau einfach ab. Und ich lebe noch. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Nein! Oh, okay. Wen hat's erwischt? Hat's schon wieder Renée erwischt? Ey, das gibt's... Ey, ganz klar! Ganz klar! Das war Self-Report. Ey, what? Ganz klar. Ganz klar! Als ob schon wieder Renée es sein kann! Ehrlich? Ey, ich bin nicht gewendet! Du hast mich doch gesehen bei Medbay! Ja, und auf einmal warst du weg! Wie geht das denn? Muss ich kicken? Tschüss, Dania! Ey, ich hasse euch! Schon wieder? Ups, das tut mir aber nicht leid! Boah, die beiden sind einfach... Das können die mir doch nicht erzählen. Nützt doch Absicht. Wäre jetzt auch nicht ganz blöd, ne? Hallo, warum geht das denn nicht? Achso, jetzt. Könnte es grün sein vielleicht? Riecht, das ist echt mies! Macht das echt keinen Spaß? Die haben sich einfach dazu entschlossen, mich die ganze Zeit rauszuvoten als erstes. Safe. Die haben einfach vorher sich getroffen und haben gesagt, wir schnicken die ganze Zeit Dania raus. Hm. Und dann, ja. Was denn schon wieder? Was ist los, Claudio? Äh, ich bin dafür, dass wir jetzt einfach den grünen rausvoten. Ne, äh, Bob, Bob, Bob ist ganz auffällig. Ich schreibe ich mal einfach. Ich wette, die voten mich jetzt raus, alle. Ja, wir... Hey! Oh, wir haben gewonnen. Hey, wir haben gewonnen. Super. Dania, es tut mir leid, aber wir haben gewonnen, Dania. Schön für euch. Ich meine, du warst ja auch kein Imposter. Das heißt, du hast mit uns gewonnen. Du hast ja... Wollte ich gerade sagen. Könnt ihr mich jetzt bitte mal nicht als erstes rausvoten und auch nicht als zweites? Ja gut, dann hör auf, so auffällig die ganze Zeit hier was zu machen. Ey, ich mache überhaupt nichts. Doch. Ich kann ja nicht gewendet sein. Ihr erzählt die ganze Zeit, ich bin gewendet, aber ich kann ja nicht wenden, weil ich nicht der Imposter bin. Ja, tut mir leid, ich habe es aber gesehen. Ja, dann war es rot. Siehst du, es war ja rot. Es war ja Bob. Eure Farben sind halt gleich. Was ist denn? Was ist denn? Farbenblind? Okay, komm. Jetzt mal, Leute, dann hört auf, euch so auffällig hin und her zu bewegen. Soll ich stehen bleiben, oder was? Ja, so in der Art. So. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ey, bestimmt Claudio ist gleich hinter mir her. Bestimmt ist er der Imposter und wird mich dann erwischen. Es ist schon ganz schön verdächtig, wie der Henry da mir immer... Was? Das ist echt ein Scherz. Ich finde das so blöd, ey. Ich hoffe einfach die ganze Zeit, dass niemand gefunden wird, damit ich mal ein bisschen spielen kann. und auch mit den... Wie dachte ich, schon wieder René? Schon wieder René? Oh, René ist schon wieder tot. Das ist gar nicht euer Ernst. Warum ist das schon wieder René? Okay, Claudio. Save. Ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, ich habe Pink gesehen. Sag mal... Ach, bin ich es? Kann? Ich glaube schon. Okay. Ah, sorry, Claudio. Oh, sorry. Ups, du warst ja gar kein Imposter. Sorry, aber ist okay für mich. Ich meine, es ist ja ganz okay für mich. Okay. Ich glaube, in der nächsten Runde war es das. Ich glaube, wir klären das lieber auf. Also, ich habe die erste Runde mal überlebt. Ich bin total begeistert. Oh! For real? Warum ist Orange die ganze Zeit hinter mir her? Kommt das ein bisschen... Oh! Okay. Wer hat es erwischt? Ist es Danja gewesen? Oh! Es war Danja! Ich glaube, es ist... Ich sag, es ist gelb. Es muss gelb sein. Ey, das gibt es doch nicht! Was? Was? Ich kriege hier zu viel. Ehrlich. Ich kriege hier zu viel. Oh, Leute, was denn? Was? Orange? Damit habe ich nicht gerechnet. Braun und Orange waren. Okay, wir machen noch zwei Runden, würde ich sagen. Wir können auch was aufklären. Vor dem Video hatten Claudio und ich eigentlich festgemacht, dass wir Danja und René ständig raushauen. Aber ich habe das Gefühl, ich kann Claudio nicht vertrauen. Deswegen löse ich das jetzt auf. Und bei mir war das sowieso nicht möglich, weil ich immer nach einer Minute gekürzt habe. Was war das, Mann? Claudio! Ey, wirklich. Dreimal hintereinander. Ich mache die erste Task. Hinter mir steht Anna. Ciao. Aber René, wo läufst du auch hin? Ja, zu den Task. Das war einfach klar, dass ihr mich die ganze Zeit rauslässt. Ja, okay. Wir machen jetzt faire Runden, okay? Jetzt ist fair. Wir machen jetzt faire Runden. Okay. Wir machen jetzt wirklich faire Runden. Wie ruhig einfach alle sind. Unfassbar. Okay, wir haben drei Tasks unten. Ich ziehe echt jetzt überall den Müll ausleeren. Toll. Da kann sich jetzt mal jemand anders drum kümmern, finde ich. Ey, war das gerade René? Ey, war das gerade René? Ich glaube es. Okay, hat es sich anscheinend geklärt? Hallo, Karl. Reportest du mal? Ich lege hier rum. Kannst du vielleicht mal reporten? Hallo? Ich bleib mal bei den beiden hier. Die sind doch sehr auffällig. Es wurde wieder was gefunden. Oh, das war Daniels Gleiche. Also ich bin ganz ehrlich, ich glaube, einer von uns kann es nicht sein. Nee. Doch, ich glaube, René ist es. Nein, René war die ganze Zeit bei dir. Ja, deswegen bin ich ja auch gerade die ganze Zeit mit euch zusammengelaufen, ne? Äh, Karl, du musst dir so vorstellen, er kam oben bei Security hinterher und ich wollte erst der letzten Spiel reingehen, aber damit ich zu dir glaube, dass ich erzeugen möchte. Ja, aber in der Zeit bist du sicher? Ich glaube, Henry ist gelieft und die anderen? Nee, ich versuche mal gelb. Ich versuche auch gelb. Aber ich bin mir sicher, dass es auch René ist, Karl. Ja, das bist du dir aber irgendwie immer sicher. Und meistens liegst du damit falsch, wenn ich es in die letzten Runden denke. Wollte ich gerade sagen, also heute ist, was das angeht, gar nicht so gut bei dir, Claudio. Ja gut, die ersten Runden, ne? Ja! Sehr gut. Einer ist noch da. Ich sag's euch schwarz, ne? Aber bis gleich. Nee, ich glaube, René ist es. Leute, glaub mir, es ist René. Ich glaube, es ist René. Was ist? Okay, schwarz hat gecallt. Aber warum? Es ist weiß. Es ist René, Karl. Ja, aber dann gib mir mal eine gute Begründung, warum ich das bin. Weil du keine Tasks machst und mich verfolgst. Ich hab dich gar nicht verfolgt. Wart mal, stopp, Claudio. Du bist mir ein bisschen zu auffällig in dieser Runde, hab ich das Gefühl. Nein, Karl, wirklich, ich bin es nicht. Du redest dich hier gerade. Du bist ja nur im Kopf und Kragen, oder? Ich kann dir ja sagen, welche Tasks ich gemacht hab. Karl, das ist so dumm. Da war doch gar keine Task. Doch, da ist eine Task in der letzten Runde. Und zwar das mit dem... Nein, 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 nein. Je mehr du redest, desto Verdächtiger bist du, ne? Ja gut, Karl. Du hast mich jetzt rausgewartet, aber viel Spaß damit, René. Oh, ich bin nicht raus. Cool. Okay, abwarten. Doch, ich glaub, Claudio ist mir ein bisschen zu auffällig. Besonders nach der Runde letztens, wo ich ihn raushaben wollte, versucht er sich jetzt eventuell... Ja gut, er versucht es nicht an mir zu rächen, aber trotzdem. Mit mir sollte man dieses Spiel echt nicht spielen. Ich bin da, was das angeht, zu eklig. Nein, René! Ich sag's dir, du wirst mir eh nicht glauben, Claudio, aber es ist hundertprozentig schwarz. Der kam mir da gerade aus der Ecke entgegen. Ich verstehe es nicht, Karl. Du konntest nicht ruhig, wie ein Stimmen kann. Ich weiß doch, dass es René ist. Er hat doch Fake Tasks gemacht. Ich verstehe nicht, warum du nicht auf mich gehört hast. Ich verstehe nicht, warum Karl mir nicht geglaubt hat. Aber René, du hättest den anderen umbringen müssen, dann. Ja. Ja gut. Komm, eine letzte Runde. Vielleicht wird dann dann ja auch mal mehr als eine Minute spielen heute. Vielleicht darf ich auch wirklich mal Imposter sein. Das wäre doch auch mal schön. Ey, René, ey. Wieso vertraust du mir denn nicht, Karl? Tut mir leid, nach der Aktion, die ich gebracht habe, kann ich dir nicht mehr vertrauen. Aber ich habe doch gute Argumente geliefert. Ja, aber trotzdem, du warst so ein bisschen zu auffällig. Ja, gut. Jetzt wird sie auf mich hören, Karl. Ich weiß nicht. So, Ruhe. Ja! Endlich! Oh, ist das schön. Oh, geh weg, Mann. Ich bin jetzt nicht schön wieder hier. Brauche ich jetzt nicht. Ich würde gerne mitspielen, okay? Soll ich wieder Dania erwischen? Ich lasse mal Dania ein bisschen leben. Sonst ist das ein bisschen zu langweilig. Oh Mann, Dania hat mich erwischt. Hm? Okay. Oh, René. Schon wieder René. Wo war das denn? Äh, was haben Sie denn gesagt? Wer wurde denn gefunden? René oder dieser Braune? René wurde gefunden, René. Okay. Ich skippe. Ich habe keine Ahnung. Nee, ich glaube auch nicht, dass es Dania ist. Das muss ehrlich gestehen. Ach, danke, Dania. Ja, ich wollte auch einfach mal nötig wählen. Ui. Okay. Das war knapp. Ich glaube, ich muss jetzt mal klauen. Claudio ist zu gut in diesem Spiel. Okay. Okay. Oh, Claudio hat's erwischt. Okay. Claudio. Okay. Claudio hat's erwischt. Wo denn? Äh, Navigation. Okay. Ja, da waren viele. Ich versuch's mal mit Blau. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wenn du irgendwen rausvotest, dann bist du's halt meistens. Und ich find das schon seltsam, dass gerade Claudio und René jetzt erwischt wurden. Außerdem warst du heute noch nicht im Poster, glaub ich. Okay, alles klar. Gute These. Dann mach mal. Du votest die ganze Zeit für mich. Ich hab, es gab zweimal was zum Voten. Ja, okay, okay. In beiden Mal hab ich wirklich gevotet. Okay. Alles klar. Danja, du musst jetzt dran glauben. Sorry. So. Was war? Keine Ahnung. What? Ich würde sagen, zwei wir sind's. Nein. Toll. Nein. Warst du's? Ja. Ja. Ich hab's gewollt. Man, ich wollt... Weil dann... Ah, nur eine Frage. Ja. Wieso René? Wieso nicht? Komm, eine letzte Runde. Ich will noch eine letzte Runde. Okay. Endlich. Endlich darf ich auch mal Imposter sein. Es ist der Wahnsinn. Oh ne, jetzt haben wir mich gesehen, dass ich da unten war. ganz ungünstig. Kann ich vielleicht mitgehen mit denen? Verrückt! Oh! Kahn hat's erwischt. Ich hab reported. Okay. Ja, bei... Grad waren aber ganz schön viele Leute bei mir. Deswegen... Okay, 100% schwarz. Also Imposter war auf jeden Fall bei mir. Der gelbe, der kann's eigentlich nicht sein. Boah, ich glaube, ich bin mir aber noch zu unsicher, um jetzt jemanden schon... voten zu können. Würdest du skippen? Ja, ja, deswegen würde ich auch skippen. Also ich skippe. Keine Ahnung. Ich auch. Wenn Kahn nicht da ist, gegen den ich voten kann, dann muss ich skippen. Da fehlt einfach... Wieso hat Gelb jetzt für mich gestimmt? Ach. Das weiß ich nicht. Vielleicht hat dich irgendwer gesehen. Ciao! Ciao! So, okay. Das heißt, ich muss jetzt René erwischen. Okay. Ich swipe meine Karte. Jetzt geh ich wieder. Nein! Was los? Okay, warum jetzt? Langsam kommt mir schwarz auch verdächtig vor. Ja? Okay, dann raus mit schwarz. Warten wir mal ab. Schon alleine, weil er die ganze Zeit am... diesen blöden Report-Button drückt, nervt er mich einfach. Ja. Oh, für dich wird es aber auch ganz schön eng, ne? Und ich glaube, da ist noch was dran. Warum? Es ist noch braun, es ist noch gelb, es ist noch blau. Ja, aber die waren gerade alle mit mir. Ja, es ist ja auch nichts passiert. Okay, es wird immer noch keiner umgebracht. Die glauben wir beide. Ja, keine Ahnung, wie der jetzt auf mich kommt. Vor allem, weil ich die ganze Zeit im Pausenraum war. Ja, aber das finde ich ein guter Vorschlag. Oh, nein! Ich hätte dich doch raushauen können, wenn ich das gewollt hätte. Du bist doch neben mir gewesen, kurz. Und dann bin ich hingegangen zu dem Oxygen-Zeug da. Ey. Endlich! Oh mein Gott! Endlich! Jawoll! René! René, ey! Du hattest sie doch schon am Anfang! Mann, ey! Hat doch funktioniert! Schade! Ich hätte jetzt einfach jemanden killen sollen, der einfach machen soll. Hallo, das Spiel geht noch weiter. Ich weiß. Okay. Oh, oh! Nein! Das war's. Wer war's? Wer war's? Braun. Der Braune. Ah, okay. Gut. Leute, das war's mit Among Us. Wir wollten zwar schummeln mit Claudio, konnten es leider nicht durchziehen, aber es war trotzdem ganz witzig. Auf jeden Fall. Ja. Also ich hatte sehr viel Spaß. Ich durfte heute auch endlich mal im Pasta sein. Also mal länger als mal. Einmal bitte vor dem Bildschirm Applaus jetzt. Alle Applaus. Hallo. Danke. Das habe ich gebraucht. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glock aktivieren und dann sehen wir uns, was? Beim nächsten Mal! Ciao! Ciao!